Ich wünschte, ich wäre früher schon mal hergekommen. 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 Und was haben Sie alles an Hardware und Ausrüstung zurückgelassen? Wir reden hier über Amateure, die für die öffentliche Sicherheit in einer der größten Städte des Landes... ...der Witz ist, es beweist, dass unser Vorgehen effizienter ist. Methodische Expansionen, Aburteilung von Zivilisten, ausgedehnte Verhöre. Wir arbeiten mit halber Personalstärke doppelt so effizient. Die JTF hat in der Dark Zone erbärmlich versagt. Und das ist alles, warum die Stadt das Last Man Battalion braucht. Bei los, hallo, servus. Sonst... ... ... ... ... Ich bin ein Anlass. Der Hockup, pfff, AFK. Aber das tut nichts zur Sache, denn das eigentliche Problem war, dass diese Behandlungszentren nicht funktionierten. Alle starben. Die Patienten, die Ärzte, die Schwestern. Die armen Schweine warfen die Leichen in Massengräber, die sie im Central Park gegraben hatten. Drinnen starben die Menschen. Von draußen wurden wir beschossen. Als wir endlich abgezogen wurden, war das ein Segen. Nur, dass jetzt alles abgeriegelt ist. Ja, so ist ihre Dark Zone entstanden. Bei allem, was ich gesehen habe. Es ist mir egal, was sie mir anbieten. Ich gehe nie wieder da rein. Nie wieder. Bitte. Bitte. Wie frustrierend. Sie betreten? Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Was sie mit der Basis der Cleaners angestellt haben. Was sie mit der Basis? Warnung! 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 Was ist das? Oh Gott! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020